Ich flipp aus. Wenn du die Treppe anvisierst, dann heisst es reserviert. Dieser geht jetzt auch nicht mehr weg. Ich werde Pedester anrufen. Was soll dieser Scheiss? Wie kriege ich diese Treppe jetzt hier weg? Gibt es da auch nicht, ne? Du kannst sie drehen. Jetzt hast du sie gedreht. Ja, ich will sie austricksen. Aber sie will mich auch austricksen. Ja, klar. Jetzt kann ich die Trotzung nicht wegmachen. Der wird mich da verändelt. Okay, dann ist die Treppe halt meine Treppe zum Rauflaufen. Das ist schon doof. Ja, aber das geht ja nicht. Das sieht ja doof aus. Moment mal. Versuch sie mal zu verwerten. Ja, das geht nicht. Der Gegenstand kann nicht entfernt werden. Blöde Säcke seid ihr. Was habt ihr hier für einen Scheiss erfunden? Okay, warte, warte, warte. Das geht mir gerade voll auf dem Sender hier. Ne, Moment mal. Moment. Ich geh jetzt mit der mal spazieren. Komm mal mit, liebe Treppe. So geht das ja hier nicht. Sie steht immer noch hier. Ja, ich weiss, weil ich muss mir erst überlegen, wo ich dich hier irgendwo anbringen kann. Wo ich mich aber nicht stört. Ach, die ist überall rot. Das geht natürlich nicht. Ach, Menno. Ne, du müsstest irgendwo noch einen Bodenteil hin, Stelle legen und dann kannst du die Treppe packen und da auf dieses Bodenteil, das irgendwo am See und am Fluss unten steht. Dann klickt sie dann an. Oh ja, das ist eine gute Idee. Kannst du hier noch ein Fundament platzieren und dann stellen wir die einfach auf dieses Fundament hier vorne am Fluss. Und das speichert. Das speichert ich daher einfach nicht ab. Okay. Weisst du, wie ich mein? Ach, du hast kein Beton. Du kannst nicht mal eine Betonklötze montieren. Okay. Hier hast du ein Fundament. Zack. Danke. Das geht jetzt nicht. Ah, nein! Ein Teil des Gebäudes wäre nicht mehr zugegen. Das kann er ja nicht erzählen, weil hier ist was anderes. Das soll hier einen Spezialstallteil geben. Er meint ja auch wahrscheinlich dann da hinten jetzt. Ja, aber sieht er denn, schnallt er nicht, dass hier eine Treppe drin ist, dass man ja raufkommt? Das ist schon ein Idioten-Editor, oder wie sagt man dem? Mhm. Hier ist doch eine Treppe zum raufgehen. Hey, soll ich dir mal was sagen? Jetzt kann ich beide Treppen nicht mehr wegmachen. Ehrlich? Das ist gerade nicht mehr witzig. Ich wollte die jetzt wegmachen und die wenigstens dann woanders hin platzieren. Okay, egal. Warte, warte. Wie mache ich das jetzt am besten? Vielleicht? Komm, Dredisch. Moment. Milena, die Engländerin. Dredisch. Ey, das ist voller Krampf hier. Dredisch, du scheiß Trapper. Ich wollte jetzt die andere Treppe wegmachen, damit hier nicht fünf Treppen stehen. Jetzt gehen beide Treppen nicht mehr weg. Das ist doch das böse Wort mit STH. E, I, S, S, E. Ich kann nicht mal richtig fluchen. So ein Mist. Wird aber langsam notwendig. Ich glaube auch, ja. Bevor der Controller fliegt. Oder du ihn zerquetscht. Oder du ihn zerquetscht. So. Also. Okay, warte. Wenn da nichts von anderen geschrieben wird an Podesta, dann... Also so ein Bullshit habe ich noch nie. Kein Kommentar. Ah, geil. Okay, warte mal. Naja, vielleicht, äh... Ich weiss nicht, ob ich das als Let's Play raus bringe. Oder doch. Als Lehrstück. Podesta, was habt ihr euch gedacht? Ja, echt? Ah nein, jetzt bin ich aus dem Baum gegangen. Hier verzweifelt Mann und Frau beim Bauern. Ja, da willst du mal kurz hier ein bisschen abschalten, eine Runde chillen und dein Haus bauen und was ist. Wie, ja, dann kommst du noch genervter raus dabei als... Wie wär's, wenn wir... Hm. Ich kann die Treppe jetzt nirgendwo mehr platzieren. Oh, doch. Was war jetzt das? Ich wurde hochgehoben. Sorry, das war keine Absicht. Aber hier sieht uns ja noch beknackerer aus. Ja, hier ist... Äh, ja. Aber ich kann es nur noch an der Leiter platzieren. Ja, klar. Aber ich kann die Treppe nur noch an der Treppe platzieren. Sobald du Bodenteile wieder montierst, kannst du sie dann wieder da dran klicken. Jetzt müssten wir ja nur uns überlegen, wo wär das am wenigsten dumm. Gibt's nicht mehr. Weil wir sie nicht einlagern können und weil wir sie nicht scrappen können. Ja, richtig. Ich sag mal so, ich hätte die Dummsau schon längst gescrappt bei Fallout 4. Da hab ich nicht lang gemacht, wenn sowas nicht funktioniert. Aber da gab es so eine Situation nie. Ach, ja. Also schon. Voll der Hammer. Ja. Wir werden vom Bethesda gezwungen, hier oben zwei Treppen. Sozusagen. Jetzt, wo könnten wir dann die montieren? Weil du hast auch noch halbe Böden. Wenn wir die jetzt hier in der Ecke... Lass uns mal jetzt erstmal das komplette Stadtwerk weiterbauen. Und wenn die dann der Meinung ist, dass wir das komplette Stadtwerk betreten können, dann können wir sie ja vielleicht einfach woanders hin platzieren. Dann haben wir halt die Treppe auf dem Dach oben. Ja, ich hab jetzt gedacht, man könnte sie hier in die Ecke nehmen. Hier oben ein Viertelstück Boden montieren. So ein halbes Bodenstück. Mach das sonst einfach. Und dann die Treppe an dem halben Boden dran. Aber da müsste sie schon hier schön an der Wand. Und nicht so mittendrin. Kannst du ruhig ausprobieren. Weisst du, in Fallout 4 kannst du diese Treppen, so wie sie jetzt steht, aber auch nach links oder nach rechts anklicke. Am oberen Teil und nicht nur in der Mitte. Und dieses blöde Ding lässt sich nur in der Mitte anklicke. Und das wahrscheinlich auch nur wegen den Türteilen. Ne. Ne. Bekommst du hier oben ein Türteil dran. Als Wand. Hier. Wo ich stehe. Ne, warte, warte. Ne, die soll ja nicht stehen bleiben. Ja klar, aber warum kann man die nur in der Mitte anklicke. In Fallout 4 kannst du sie auch rüberschieben. Oder auf diese Seite schieben. Nach links oder rechts. Ach so meinst du. Die haben drei Klickpunkte in Fallout 4. Und die nur einen. Ja. Weil ich wollte die Treppe nie irgendwie immer so mittendrin, weil du hast ja da die Teile Viertel, Halb und die ganzen Quadratbodenteile. Mhm. Ja das geht hier irgendwie nicht. Darum würde ich mal versuchen. Kann sie nur komplett drehen, aber sie rastet immer komplett in der Mitte wieder ein. Kannst du nochmal ein Bodenstück wegnehmen? Welchen denn? Sag mal hier die Ecke hier wo ich draufstehe. Hier den da oben. So. Jetzt geh mal zu der Auswahl von Bodenteilen und wähle mal die Hälfte von diesem Quadrat aus. Es gibt ja noch die Hälfte und ein Viertelstück. Ja. Wo soll es dann hin? Dann mach mal ein... Genau. Mach mal so eins. Jetzt probier mal diese Treppe zu drehen. Und hier anzuklicken an dem, wo ich draufstehe, an dem Halben. Von mir geht auch nicht. Weil ich kann sie nicht nehmen und... Steht jetzt immer noch, dass ein Teil des Gebäudes nicht zugänglich wäre, wenn ich sie jetzt dort hin platziere. Ja, sieht man ja. Man kommt niemals hier rauf. Das sieht man. Eindeutig. Bin ich blind oder was ist das hier, wo ich jetzt runterlaufe? Ich schlafe heute Nacht. Weil in Vorrat 4 kann ich jetzt die Treppe hier schön in die Ecke reinstellen und nochmals so ein halbes Brett hier montiere. Dann wäre das schön zu. Ich verstehe nicht, warum es hier nicht einfach einen Hammer gibt, dass ich das einfach zerstören kann. Warum stört die das, dass ich jetzt diese Treppe wegnehmen möchte? Es gibt im Spiel auch Kettensäge. Ja, gib mir ne Kettensäge. Kettensäge hört sich gut an. Ich würde dir ein Treppenloch schneiden. Ja. Also die muss auf jeden Fall woanders hin erstmal, weil die ist hier vor der Tür ist die ja noch blöder, als dass sie sowieso blöd ist. Kannst du dich jetzt mal hollern, bitte? Ach nee, Moment, dafür muss ich das einmal runternehmen hier. Wo bist du? Ich bin ober an dir. Was wäre die Lösung? Es gibt gerade keine Lösung. Ich denke schon, dass es eine Lösung gibt, aber ich denke, du müsstest... Jetzt sag mir nicht von vorne anfangen zu bauen. Nein, aber du müsstest die Wände wieder wegnehmen, dass dieser Idioten Editor vom Spiel denkt, du bist jetzt wieder am Abbau, weil so kannst du ja niemals mehr was abbauen. Wenn es dir jetzt nicht gefällt und du sagst, ich mich selber auch, ich will ja auch mehr bauen, wenn ich jetzt sehe, das läuft bei dir ja wunderbar. Also wir werden auf jeden Fall keine Treppen mehr platzieren. Dann werde ich nie mehr so ein Ding da auswählen, weil dann hätten wir ja vielleicht doch müssen, bevor man was montiert, das da. Aber eben, du sagtest vorher, als du das montieren wolltest, das ist nur nach aussen geklickt. Ja, ja, das ist ja hier nach draussen. Und als die Bodenteile drinnen waren, kommt man den setzen, aber nur, wenn man erstmal... Pass auf, ich mach das. Ich mach das jetzt. Alles weg, 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 weg. Du hast ja dann nicht mal die Chance zu sagen, ach nee, das gefällt mir jetzt nicht. Ich nehme die Wände weg und ich nehme vom anderen Bauset die Wände, weil die schöner sind. Ich flipp aus. Und wenn du das Haus dann abbaust und alle Einzelteile einlagerst, dann steht dann am Schluss immer noch diese blöde Treppe. Ah, ist sie jetzt weg? Ach, sie ist weg! Ja, sauber, okay. Also, jetzt versuch nochmal den da gleich hier zu montieren. Und wenn das nicht geht, dann hat das Spiel einen Baufehler. Und sonst musst du halt sagen, okay, dann nehmen wir halt, dann nehmen wir halt nicht so ein Teil hier, sondern dann nimmst, aber es wäre ja blöd. Und in Fallout 4 kannst du auch diese Elemente eins nach dem anderen nach oben und 20 Stockwerke an derselben Stelle die Treppe montieren. Warum sollte das hier nicht gehen? Ja, du bist ja vorher ein bisschen rumgelaufen, bis da irgendwie das Ding doch irgendwie da... Nee, keine Chance. Äh... Der sagt jetzt die ganze Zeit, weißt du was der sagt, dass es überschnitten wird mit irgendwas anderem. Aha. Ja, aber warte mal, warte mal, ich habe jetzt noch eine ganz andere Idee. Und wenn du die drei Wände hier wegnimmst, die hier in der Ecke stehen und dann versuchst, dann hat das zwar kein... Clip. Aus meiner Sicht hat es dann überhaupt kein Clip. Oh, wo Clip der immer raus? Okay, warte, 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 warte. Oder ist das so eine Aufforderung, Leute, baut die Treppe doch außen rauf. Das Problem ist, der baut ihn nicht mal hier oben in dem Stockwerk, in dem ich die brauche. Der clippt raus, aber in den ersten Stock, also ins Erdgeschoss. Ja, 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 die ist da unten außen. Moment, ich gehe mal raus. Ich gehe mal raus, ich bin draussen. Der nervig. Halt das doofe Teil nochmal dahin, wo du denkst, jetzt versuch's nochmal. Ich sag dir, wo der blöde Kerl anklebt. Ich sehe jetzt noch nix. Ja, ich bin auch grad nicht. Bitt ihn höflich drum. Nein, ich bin nicht mehr höflich jetzt. Da war er eben. Da ist er irgendwo. Nö, hier außen hängt nix. Ich will ja jetzt auch nicht drücken, daher kriegen wir die dann nicht wieder weg. Ja, ja, klar. Und wenn du jetzt die blöde Treppe nicht oberhalb von der montierst, nimm eine andere Ecke, clippt sie wenigstens in einer anderen Ecke an. Also nicht oberhalb, so wie es normal wäre, sondern hier in der Ecke. Oder da in der Ecke. Warum will er die Treppe jetzt wieder daneben platzieren? Kannst du jetzt voll vergessen. Oh, warte. Ich glaub da war's. Oh mein Gott. Ich hab einen Durchbruch. Ich atme jetzt. Ja, das ist so eine kleine Millisekunde, wenn du irgendwo mitten im Raum stehst. Nee, jetzt ist sie wieder raus. Ach, come on. Ein Erfolgserlebnis bitte. Da war's eben wieder. Moment. Nein, schieb mich nicht weg. Mein Teil clippt jetzt nach außen, aber verschoben nach hinten. Um die Hälfte. Oh. Oh, sorry. Geht's nicht, wenn du hier weiter weg stehst, hier in der Ecke wo ich bin? Dass du dann ein bisschen schieben kannst mit X-Drücker und dann das Treppenteil so ein bisschen hin und her schieben. Nee, das geht nicht. Das ist irgendwie komischerweise, wenn man nur so eine blöde Position hier einnimmt. Und nicht die, die einen eigentlich gut sehen lässt. Hier war's eben ganz kreuzgrün. Ach komm schon. Weisst du, ich probier jetzt erstmal von den Treppen mal die andere Seite. Also, ich hab das jetzt genau ober drauf gestellt, aber es ist knallrot. Also, ich halt's mal so hin. Wenn ich ein bisschen nach außen gehe... Nö, ja, doch, jetzt clippt er da draussen an. Warum nicht hier drin? Oh, nee, nein, nein, nein. Der springt immer nach draussen. Ja. Ich find's einfach sau blöd, dass du nicht ein Bodenteil oben montieren kannst, wie in Fallout 4, sondern hier zuerst so ein scheiss Treppenteil wie vorher das einzelne brauchst, dass du überhaupt ein Bodenteil montieren kannst. Und sobald du das Bodenteil montiert hast, kannst du diese doofe Treppe nicht mehr wegnehmen. Es ist... Ja, also... Nee, die Treppe find ich auch echt... Nervig. Vor allem, wenn du die Treppe... Also, du hast ja dann... Du hast ja dann so wenig Platz auch, wenn du die Treppen nicht übereinander platzierst. Weisst du was, nachher sind wir so geladen... Ich hab da Hunger gleich. ...und auf Aggro, dass wir dann auf PvP-Jagd gehen. Da muss jeder leiden, der uns in die Quere kommt. Essen, trinken, bitteschön. Ach, Menno, komm schon. Das gibt's ja nicht, ey. Also, es ist auf jeden Fall auch kein Unterschied, ob jetzt hier eine Wand dran ist oder nicht. Ja, hab ich jetzt auch gesehen. Das geht völlig schnuppe. Ja. Dann versuch mal... Halt dieses Element nicht hier zu montieren, sondern hier in die Ecke. Oder, wenn du willst, halt hier in diese Ecke. Ob's in eine andere Ecke... Weil, hier unten... Nein, es geht in gar keine Ecke. Ja, aber du hast ja den hier unten auch zuerst hinstellen können. Und dann hast du den Boden montiert. Warum solltest du jetzt hier oben nicht funktionieren? Ich weiss es nicht. Ich weiss nicht, was das Spiel von mir möchte. Ich möchte, dass ich wahnsinnig werde und noch mehr graue Haare bekomme, glaube ich. Ja, ich habe ja den Pazifisten-Modus drin. Moment mal. Auf dem Bau funktioniert das manchmal so, dass man sagt, wenn es nicht funktioniert, dann... Ähm... Hey! Hau ich den! So, wirst du jetzt wohl das Ding stellen? Sonst knallt's. Ja, du kannst es doch auch versuchen zu stellen. Habe ich ja. Okay, ich versuch's nochmal. Aber du musst nur sagen... Jetzt war hier ein so ein Punkt. Ähm... Oh! Ne, er springt wieder da raus. Okay. Ich probier mal die Ecke hier hinten, wo du jetzt stehst. Geh doch weg da! Geh doch weg da! Ne, da klickt nicht an. Hier auch nicht. Ne, das geht nicht. Und hier, so. Ja, vor die Tür, wahrscheinlich, klar. Oh, es ist doch zum Brechen. Ich könnte mich natürlich jetzt mit diesem Stock weg zufrieden geben, aber das möchte ich nicht. Nein, wir wollen zu Leid extra noch ein Stockwerk drauf, weil das Spiel so doof ist mit dem Teil hier. Also, warum möchte der nicht? Kann ich hier schieben, ziehen, schieben, ich kann alles machen. Aber der bleibt immer rot. Moment mal. Ich hab's immer noch im Anschlag, ich geh mal nach unten und nach draussen. Ja, 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 klar. Ein bisschen frische Luft tut uns vielleicht gut. Ey, das Fundament hier draussen, hier unten, da klickt er ohne Probleme an. Ich könnte, ich könnte die Treppe hier unten montieren. Das ist toll. Das ist wirklich super. Ja, ist total toll. Okay, ich versuch's von hier unten. Jetzt muss ich den noch drehen, ja, so. Nö. Was hat er mit dieser Ecke da unten? Der geht immer zu dieser Ecke. Ja, hier, jetzt, ich kann's hier montieren, wo du stehst. Ja, das ist, ja. Ne, wo bist du? Ah, du bist schon wieder oben drin. Oh, ich kann's hier außen, kann ich's überall anklicken. Nur hier nicht. Nur hier, da, wo's hin muss. Also in das komplette erste Stadtwerk geht's nicht. Ich kann's überall anklicken. Es klickt überall an, aber nur nicht da oben. Hm, warte mal, wenn nicht. Ähm, warte mal, warte mal. Ähm, warte mal, warte mal. Ach, das ist so'n Ding, da, oh, da wird Norby ausflippen. Was'n das für'n Scheisspiel? Verdammte Haken, was soll das? Er ist heute am Mittag schon ausgeflippt, weil er sein Haus, wo er abgespeichert hat, stellen möchte. Und es hiess immer, hängt in der Luft, schwebt. Und ich sag nur, zum Glück hat das Spiel einen blauen Bildschirm kassiert. Das ist ein Fehler in der Anwendung. Und da hat er den Livestream gleich mal ausgemacht. Okay. Da wollte er nicht mehr weiterspielen und da hat er nur noch in den Discord reingeschrieben. Also so wie Fallout 76 jetzt ist, weiss ich nicht, ob das mir auf lange Zeit Spass macht. Und was macht er jetzt? Er spielt Call of Duty und knallt Leute ab da im Spiel, um sich abzureagieren. Ja. Super. Ich weiss, ich hab grad gedacht, wir tricksen das irgendwie ein bisschen aus, aber das geht irgendwie alles gar nicht. Okay. Wie wär's, wenn du das Stockwerk halt ohne dieses normale Teil, das eigentlich hier hin müsste. Nein, 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 nein. Das hab ich auch nicht. Das hab ich schon probiert. Also wenn du die Treppe so, ich hatte sie doch am Anfang andersrum platziert, weisst du, der nimmt die ja gar nicht. Der nimmt auch das andere Teil nicht. Der will hier einfach gar nicht. Du weisst schon, dass das jetzt wieder ein Dachteil ist, das da, wo du da... Ja. Okay. Naja. Aber ich hab irgendwie gehofft, dass die Treppe jetzt glaubt, äh, keine Ahnung was. Ach, du willst die Treppe austricksen, dass das Haus ist fertig. Die ganze Zeit. Wie wär's, wenn du jetzt halt, ähm, sagen wir mal, die normale halbe Treppe nimmst und hier, wo ich stehe, sollte die eigentlich anklicken, dass man von hier rauf kann. Nee, die muss nicht. Auch nicht. Also dann nimm du sie mal bitte, weil das hab ich gerade fünf Minuten lang probiert, bevor du es mir gerade gesagt hast. Nur fünf Minuten? Die, die klickt nur da, wo du gerade stehst, auf dem mittleren Fussboden an. Aber die klickt nicht hier nebenan. So geht's? Siehst du das Teil jetzt hier? Nein. Das da? Nee gar nicht. Da jetzt sehe ich's, ja, aber, äh... Also schon der Witz, auch von der anderen Seite, die ist halb mittendrin in der anderen und... Was? Was war das? Hä? Hä? Oh! Hier ist ein Roboter, oder? Ja, irgendwas, ja. Oh mein Gott. Ich muss mal aus dem Bau-Menü raus. Wie geht das? Was kommt da? Ja, da ist einer. Ja! Du freches kleines Kacktei, der hat das Haus kaputt gemacht. Geht's dem noch? Echt? Ich hab im Fall so einen besiegt, der war Level 18. Also es gibt von denen auch stärkere im Fall, hä? Ähm... Ich hab nur 5 Minuten gebraucht, aber ich hab ihn platt gemacht. Ja, weisst du, ähm, die kriegen wir ja jetzt wahrscheinlich, kriegen wir die jetzt wieder weg hier. Also, guck mal, ähm... Wir können 10 von denen montieren. Äh... Moment. Also... Von da wo du jetzt stehst, dass sie da hoch geht. Ähm... Anstatt hier hoch. Weil der, der Hochgang hier, das gefällt mir nicht. Ne, ich kann sie draussen montieren. Hier draussen kann ich sie auch montieren. Das ist schon der Witz. Das ist ja schon der Witz. Soll die zweite Terrasse werden? Die geht überall, nur nicht da, wo sie normal sollten. Möchtest du hier oben, äh, auch den Boden hier nach draussen machen? Entschuldige? Äh... Was meinst du? Also, ich kann sie überall montieren. Ist das schon wolkig? Nur nicht da hinten. Ich kann sie hier montieren, wo ich jetzt stehe. In die Richtung, wo ich schaue. Ich kann sie hier montieren, in die Richtung, wo ich schaue. Nach oben. Ich kann sie hier montieren. Ich kann sie hier montieren. Und hier. Ja, das ist toll. Und da wo sie jetzt vorher war. Mh... Mh... Du hast sie hier draussen. Du hast sie hier draussen. Ja, nicht runterlaufen. Mh... Mh... Wo ist der? Ja, hast du ihn gerade erwischt. Ich meine, es ist ja cool. Haben wir direkt wieder Schrottnachschub, ne? Also... Ja, ja. Soll ich noch ein paar hole? Nein, nein. Die kommen ja sowieso von alleine, wie es aussieht. Scheinmal gefällt es denen hier. Ja, ich habe mich auch gewundert, weil ich da irgendwas ein bisschen rumgebaut habe. Hatte da sicher eine Stunde meine Ruhe. Hab mich hingelegt auf die Matratze und als ich dann wieder aufstand, wurde ich da vor Hunden angegriffen. Und dann von einem Roboter angegriffen und ich dachte, ach nee, bist du zu lange an einer Stelle? Oder was soll das? Mh... Mh... Als ob das Treppenproblem nicht schon genug wäre. Ja, ja. Mh... 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 Also... Kein Kommentar dazu. Also hast du... Hast du Verständnis? Ich stelle mir mal ein paar Drogen her an der Laborstation. Das ist ja nicht zu ertragen hier oben. Mh... Aber ich glaube jetzt... Komm, lass dich so halt wie jetzt. Ja. Mach ich auch. Du kannst hier auch eine Wand machen um die Treppe. So eine Art Ecke. Ja, das überlege ich mir dann. Dass du hier raufkommst, hier durch eine Tür gehst und dann hier rauf gehst. Und hier steht dann eine Wand so und hier eine Ecke. Dann hast du hier hinten vielleicht ein Bett reinsteller in diese Nische. Und dann siehst du diese Idiotentreppe, die uns so nervt. Und nicht jedes Mal, wenn du hier raufkommst. Als erstes. Nee, das stört mich ja gar nicht. Also jedes Mal weisst du, kommst du hier rauf und schaust als erstes die Treppe an. Und es kommt dir so... Weißt du, was mich halt so ärgert? Ich wollte hier so ein ganz bestimmtes Dach brauchen. Also ich wollte jetzt nicht noch wenden, sondern direkt mit dem Dach. Ich weiss gar nicht, ob das jetzt noch geht, wenn diese blöde Treppe jetzt hier so... Ja, ich sag dir, normalerweise geht ja das in Fallout 4. Kann ich hier das schräge Dachteil, wo ich hier unten montiert habe, diese Ecke, kann man hier direkt montieren. Aber dann hast du keine Treppe hoch. Dann ist der Boden zu und du kannst trotzdem ein Dach direkt drauf machen. Ein schräges. Weil sonst könntest du ja direkt das flache Dach nehmen, wo du dieses eine Teil vorher da montiert hast. Ich könnte das ja jetzt so machen, hattest du gesagt. Ja, du, ich denk, du musst diese halben Wände nehmen und dann kannst du das Dach montieren. Hm... Das ist aber eigentlich... Sind wir schon vier Stunden dran, ja? Gar nicht wahr! Ja, ist halt so. Ach, ich denk, das... Und vor allem das Schlimmste ist, in vier Stunden hätte ich schon lange eingerichtet. Ja, ich denk, das wird ein Hit, das Video. Weil... Weil die Männer, die lachen sich dann kaputt. Die denken, ja, schau mal die zwei Chicas an, die da ein Haus bauen. Geil Kommentar! Hallo, das wird toll, wenn's denn mal soweit ist. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, aber sicher, ja, klar. Nee, ist schon. So ist es gut. Aber ich hab jetzt gar keine Fenster mehr hier, ne? Hm, okay. Nö, okay. Aber, weisst du, wenn wir die anderen Wände, diese Stallteile freigeschaltet haben, in dem einten Lagerhausteil mit den Blechwänden ist bei Fallout 4 die Abteilung Glaswände. Und da kannst du diese Halben hier rausnehmen aus Holz und glasige Einsätze. Da hast du trotzdem hier oben dann ein bisschen Licht. Später. Oh, yes. Mhm. Also es gibt, ich hoffe, dass es auch hier im Spiel, da es ja den ganzen Baukram übernommen hat von Fallout 4, dass man dann die Wände einfach austauschen kann, später. Mhm. Und du kannst dann auch ein quadratisches, flaches Glasteil hier oben am Schluss einsetzen. Oder die Ecken gibt's auch aus Glas. Ja, das ist richtig cool. Also du hast ja bei mir auch gesehen, dass ich da so die Gewächshäuser gebaut habe. Das sind diese, diese Teile. Ich hab keine Schwiegen, ne? Warte mal. Ne. Was brauchst du noch Holz oder was? Ne. Endlich. Ich muss mal gucken, was mir fehlt, weil ich benutze ja jetzt alles, was eingelagert ist und jetzt ist es aufgebraucht. Ah, ja, klar, klar, klar. Aber ich glaube, eine Deckenplatte hatte ich noch auf Lager. Hier kannst du jetzt das flache Teil, wo du unten montiert hast, hier oben, ja? Es gibt aber auch solche, solchen, ein Teil, das so spitzig ist. Das kannst du auch montieren, falls es frei wäre. Ja, das ist jetzt eh erstmal nur provisorisch. Also kann ich wieder diesen Zaun hier nicht platzieren. Warum nicht? Achso, ne. Gibt es hier ein richtiges Geländer später? Ja, bei den Stahltreppen gibt es die Geländerabteilung auch mit Stahl unter den Betonteilen. Nur ich habe diese Betonteile nicht entdeckt bis jetzt. Aber es gibt so Eisengeländer. Ich sage ja, wenn die den Baukram von Fallout 4 hier einsetzen, sollte schon alles vorhanden sein. ausmachst alguien. Ja, das ist das, was ich mache. Da war es nicht. Na, da war es vielleicht nicht. Es ist eine Lager ist. Ich sag jetzt. Das ist die Kino-Kino-Kino-Kino. Neuer построieren? Ja, das ist vielleicht nicht. Vielen Dank.